Wer kommt rein? Auf wen tippst du? Mendil. Meinst du? Ne, keine Ahnung. Mehr schon eigentlich, oder? Mendil! Was spielt der denn? Rechtspartei? Ne, der muss jetzt linkes Mittelfeld spielen. Oder Becker geht vorne. Ne, der sagt ja halt... Mendil spielt links und Kavit geht nach rechts. Jetzt die marokkanische Doppelzange. Aus dem Maghreb. Und Duschelab auf der 10. Dann haben wir hier marokkanische Nationalmannschaft. Wie Duschelab für Marokko? Ja. Das Nationalspieler. Und da läuft der in den Bild. Ich hätte das auch nur auf Spaß gesagt. Und dann kommt der wirklich. Das war auch nur so für William, der so gerade nur so fast das Tor aufgelegt hat. Weißt du? Das ist der Knaller. Der sich auch noch richtig reingelegt hat. Check die Wechsel von groß. Verstehe ich überhaupt nicht. Verstehe ich überhaupt nicht.